hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch grüßen ich freue mich natürlich dass ihr im start seid und heute gibt es noch mal ein bisschen tft und ich habe mir gedacht ich erkläre ich noch mal so ein bisschen was zu tft und wir können einfach mal so ein bisschen reden das heißt es ist eine mischung aus tft erklären und podcast ja ich meine das spiel macht übel süchtig deswegen müssen wir es unbedingt spielen wir kommen nicht drum herum also naja jetzt sagen wir dieses mal tipps für fortgelaufene für advanced ich habe jetzt war es gepickt weil war es relativ gut ist tatsächlich also das heißt range sind immer nicht verkehrt und außerdem hat er den bogen ja aktuell muss man sagen sind items in liegt wollte ich gerade sagen in tft sehr sehr stark und aus dem bogen und dem ap star können wir rageblade machen rageblade leute auf dem fällen kampf champ oder fast auf jedem champ ist gg zumindest im early game im late game kann es auch gut sein aber da kommen wir später zu wichtige sache bevor wir weiter ins detail gehen ich habe vor morgen einen langen oh mein gott scheiße das ist der falsche damit sagen wir tschüss zu varus und hallo zu niederle ich hoffe ok machen wir so passt sehr gut das geben wir jetzt einfach dem weil den feld werde ich so verkaufen müsste hätte ich jetzt nicht machen das ist egal ja auf jeden fall werde ich morgen einen langen streamer das heißt ich weiß noch nicht wie lang er wird potenziell so 20 stunden vielleicht auch 18 stunden vielleicht wenn ich richtig bock habe 22 stunden ich lege mich da nicht so fest aber er sollte lang werden ja welch natürlich übelst giga gar keinen bock mehr hat dann würde ich jetzt auch sagen okay hey jetzt bin ich geschlaucht ich bin ja meistens ein bisschen ja nach wenn ich richtig lange streamen bin ich sehr oft schnell kaputt aber ich würde mich da quasi sehen bei einem sehr langen stream muss allerdings sagen dass ich vermutlich sehr viel sekiro spielen werde leute vielleicht soll die ganze nacht durch das heißt ich denke mal liegt ja also eine league spielt ja gerade nicht so viel scheiße jetzt haben wir eine van zweimal so also das heißt gerade spielt ja nicht so unglaublich viel liegt und deswegen hätte ich gesagt okay also der plan der folge ja ich bin gar ein bisschen durcheinander noch weil weil es einfach so ist der plan der folgende wir fangen mit liegt an wir würden aber so ich würde sagen insgesamt vielleicht 30 40 prozent league spielen da noch mal so 30 40 prozent oder also 20 30 prozent youtube dann noch mal 20 30 prozent minecraft und dann noch mal 90 prozent sekiro ja ich weiß ich werde mathe immer sehr sehr gut also das wäre so ungefähr der plan also ich habe vor richtig richtig viel sekiro zu spielen für alle dass ich wissen das ist eine art wie dark souls ich habe da richtig bock drauf und würde mich da übelst freuen wenn ihr mit am start seid generell würde ich mich sehr freuen für jeden der bock hat mit reinzuschauen wo ihr sagt ja ja wir müssen mal kurz gucken wollt wollt imperial so wenn ich den mit drauf packt haben wir zwei nights haben wir den night bonus wir spielen jetzt schon gegen einen spieler das heißt er kommt raus und sie kommt rein sie werde ich wahrscheinlich verkaufen aber vielleicht auch nicht und hier zack wir verteilen das mal so ein bisschen bei einer die ich sowieso verkaufen werde sage ich mir okay da tue ich auch drauf also also ich habe richtig richtig bock auf sekiro ist sowas wie dark souls nur im shinobi style shinobi ich würde mich auf jeden fall freuen für jeden der mit mir dann die zeit durch steht auch wenn er sagt ja hey na tobi na also ich weiß dass viele immer league sehen wollen bei mir ist es gerade league mäßig also wir werden league spielen aber ich bin einfach nicht so komplett on fire was league angeht muss ich einfach sagen und auf sekiro habe ich richtig richtig krass bock und deswegen würde ich mich da auch komplett sehen und deswegen würde ich mich freuen wenn er nicht sagt ja tobi spiel doch mal league macht dies macht das macht das sondern dass ihr einfach da seid mit mir ein bisschen chillt ein bisschen grillt ein bisschen dies ein bisschen das darüber würde ich mich sehr freuen wir kaufen noch mal tristana ich denke mal so passt auf was wir jetzt machen leute ist wir nehmen warwick und tun ihn reiß weil wir jetzt den wild bonus auf niederlebe kommen sie ist ja schon mein t2 werden außerdem mal gangplank kaufen pristana verkaufen und es nicht kaufen ja ich denke das startet das ganze startet morgen dann so um circa 9 uhr naja wie wir es gewohnt sind 9 uhr morgens geht das ganze los und daher würde ich ja natürlich sagen dass ausgeschlafen vorräte also ich muss nachher noch ein bisschen einkaufen ich weiß noch gar nicht ich ich bin jetzt nicht so also ich hätte bestimmt energy kaufen aber ich bin jetzt nicht so der tut der sich da komplett mit energies voll ballert weil wenn ich mir alle ok der war es weil er hat richtig gebäudert gerade aber er hat halten rabatons funktioniert das auf auf war aus da bin ich mir nicht sicher ich glaube nämlich nicht aber es hat schon geballert also energy bin ich jetzt nicht so der fan von ich habe eine zeit lang immer mal wieder energy getrunken aber jetzt bin ich wieder so ein bisschen vom energy weg so freunde wir haben jetzt müssen wir gucken ich würde natürlich sie gerne aufs board bringen allerdings ja komm wir machen das mal so wir gehen für die wind straight leute wir gehen direkt mal wieder ein level hoch man muss sagen beim hochleveln für viele die das nicht wissen je höher ihr levelt umso höhere einheit bekommt ihr das heißt wenn ihr stufe 1 hat kriegt ihr nur müll und wenn ihr nachher stufe 8 zeit ist die chance oder sagen wir stufe 9 die chance dass ihr legendaries bekommt giga hoch das ist zwar gut aber auch schlecht zugleich weil jetzt zum beispiel kriegt natürlich deutlich weniger gerund und kann den gerund schlechter upgraden ich kriege aber mehr so zeugs wie katharina die ich jetzt aber noch nicht auf t3 kriegen würde das ist also so ein bisschen schwierig tatsächlich muss man definitiv sagen also ihr seht aber ich gehe halt für die wind straight man kriegt ja jedes mal dann winning gold und ich möchte das aufrecht erhalten deswegen hier ich habe level 5 level 4 ich habe außerdem zwei t2 einheiten deswegen habe ich mir gedacht oh hier ist sogar noch ein gerund nehmen wir den doch mit bevor wir den vergessen also wenn jetzt gleich die items ausgewählt werden brauchen wir einen ap-stab das heißt wir haben jetzt drei sachen wir können den champion nehmen den wir brauchen wir können einen champion nehmen der vier gold wert ist also der blaues drei gold zum beispiel wir könnten einen nehmen den wir upgraden können wie gerund oder wir nehmen ein ap-stab ap-stab das wäre das optimalste ist nicht da garen ist weg garen ist weg garen ist weg hatte ich ein varus dann nämlich den gangplank mal vielleicht gehen wir für piraten piraten ist und den piraten ist im late game super schlecht aber wenn du richtig früh drei piraten zusammen kriegst ist gigageil naja dann ist es einfach gigageil aber wie gesagt rageblade naja das wäre absolut der dream dass wir das zusammen kriegen wenn du für straight spiel hast du schon die ersten runden fast safe geworden vielleicht noch ein blutwürste oder war mox dazu und dann kannst du halt komplett geld machen ja jetzt haben wir auch den piraten hier aufs bord jetzt müssen wir gucken wir nehmen jetzt den runter ja den nehmen wir runter hier haben wir noch ein darius und wir nehmen auch noch mal direkt sein mit ich glaube lulus gestern zumindest verpackt gewesen ob sie heute noch verpackt ist das weiß ich nicht aber also ihr könnt natürlich geld sparen wenn ihr geld spart dann ist natürlich geil aber wenn ihr natürlich jetzt die ganze zeit gewinnt da kriegt ihr immer einen gold dazu das heißt am besten ist es wenn man richtig viel gewinnt und dann nebenbei versucht ein bisschen geld zu sparen das kommt aber auch immer darauf an wie wie das board einfach so ist ihr seht auch ich konzentriere mich jetzt nicht zwingt darauf diese kombination draus zu bringen ich hoffe gangplank rastet jetzt aus der gute fast kombo sondern einfach t2 einheiten na es ist egal was natürlich ist gut hier zum beispiel niederle ist jetzt mit warwick wenn du die ein bisschen verbindest ist das cool keine frage aber ich versuche jetzt nicht hier so was haben wir jetzt ne ich bin jetzt ein hohes level deswegen kann man auch schon aurelion king aurelion's busted hier haben wir garen garen geht aufs board ja was machen wir auf aurelion würde ich mich schon sehen weil auch ihren gigabroken ist also aurelion ist so stark leute die frage ist ob ich ihn jetzt schon aufs board bringen will ich glaube nämlich nicht so jetzt muss er gucken den tun wir mal weg den nehmen wir mal rein den tun wir auch mal rein ich würde aktuell nicht auf 10 gold kommen also würde ich wenn ich alles verkaufen würde aber deswegen gebe ich ruhig noch mein ganzes gold aus selbst den ganzen bums den du nicht haben willst einfach mitnehmen er hat gunblade leute ihr müsst euch auch überlegen was euch die items bringen hier vor 25 prozent auf all damage stellt ist halt nicht so gut weil also vielleicht ist es halbwegs gut aber ich glaube nicht dass es also wenn ihr ein champion hat wie gangplank oder die fast kommen raus und alle explodieren dann heilt er sich für alle kombos hier deswegen auf aoe champs wie zb kennen katharina katharina gunblade einfach giga oi erd warm auch seht ihr das leute na das ist schon stark aber es reicht nicht wir sind ganz gut dabei bisher haben jetzt auch winning gold plus zwei das also als so als hätten wir hier zwei so gold pakete so jetzt haben wir noch eine niederlehne vein und eine nach hier bei den golems leute tipp tipps also die golems das habe ich auch erst nach einer zeit rausgefunden sind so moment wir verkaufen wir wollen einmal gold bekommen die golems sind so dass sie wir machen das so zack dass sie aber man wenn ein golem kaputt geht heilen sich alle anderen das heißt ihr müsst ein nach dem anderen kaputt machen erst den dann den dann den oder den dann den wenn ihr die in der mitte stehen ab dann greifen einige den dann einige den und dann verliert ihr das ding hier das heißt ihr müsst erst den kaputt machen ich weiß nicht ob der immer rechts von ich glaube schon na und jetzt heilen die sich aber die sind die haben ja keine mensch bekommen deswegen dass es nicht schlimm wenn es gegen die golems auch relativ gut muss man sagen ja hier eine armor items mäßig sind wir noch nicht gepriesen was das angeht leute items mäßig ist noch nicht so geil so wir haben hier noch eine vein die aber naja also wenn ich weiß ich weiß ich habe ich habe euch ja gesagt man sollte ich weiß nicht ob ich es euch gesagt habe ich glaube schon man sollte sich nicht auf etwas festlegen ja das heißt am liebsten würde ich natürlich shapeshifter jede runde spielen das macht mir am meisten spaß aber ich habe mich auf noch nichts festgelegt deswegen ist alles für mich offen hier das ist pur müll voll müll only müll da wir bleiben versuchen bei der winning spree zu bleiben das heißt wir gehen fürs level ab und schmeißen jetzt aurelion aufs bord der kommt hier schön in die ecke rein hier haben wir ein garand da rios ok dem können wir auch schon mal eine träne geben tränen ist auf jeden fall broken armor das zornmail bringt uns nicht also items wie gesagt müsst ihr schauen sollte man nicht alle rausgeben jetzt muss ich weil ich am überlegen attack speed und träne ist glaube ich mit ap-stab und tränen ist ludens attack speed und träne ist ich glaube das ist static schiff oder sowas ja fast combo hier also gangplank rastet aus jetzt kommt auch mal der aurelion durch es ist ein bisschen schade dass der soundbuck leute der sound ist irgendwie seit dem patch komplett tot also es liegt nicht an mir der ist einfach tot es ist einfach wir sind immer noch platz eins wunderschön wir haben zwar nur eine gold kiste aber wir haben hier plus zwei und jedes mal das gold was wir gewinnen naja hier sind zwei andere leute die geld sparen aber ich kriege halt jede runde plus zwei gold ist schon nicht schlecht kann man sich natürlich nicht immer aussuchen weil manchmal läuft es einfach nicht so wir kriegen aber auch echt nur kacke gerade katharina finde ich super cool hätte ich richtig bock darauf zu spielen aber ich wüsste gerade nicht wie wir machen das mal so wir nehmen mal den runter und schmeißen mal den drauf denn achtung was haben wir jetzt gemacht wir haben eine t1 einheit runter genommen und eine andere t1 draufgepackt aber die eine war t1 strich 1 sage ich mal der ist t1 strich 4 na der 1100 ap während der wolf irgendwie so 600 hat das heißt sie sind beide nicht abgegradet aber das natürlich deutlich stärker hält mehr aus hat mehr staff so er hat zweimal silber dreimal silber hier das heißt ihr seht der ist schon er ist jetzt nicht giga heftig aber er ist tanky erhält ein bisschen vielleicht kriege ich auch noch ein spell durch ja sehr das brauche aber giga lange okay die runde sieht schwierig aus leute werden wir verlieren ist er traurig ist er traurig warum haben wir verloren weil er im period er hat neid bonus zum einen und ich glaube im peter oder ist das nobel er ist glaube ich noble er ist noble ich weiß ich glaube er hat auch noch noble bonus ich weiß jetzt nicht genau auf jeden fall er hatte da mehr bonis ist natürlich nicht so cool und raven ich habe noch nie draven gespielt draven ist broken wollen wir mal eine runde draven spielen vielleicht vielleicht allerdings wüsste ich gerade nicht ja komm dann geht sugger jetzt runter er geht drauf dann müssen wir so ein bisschen verteilen dass die möglichst tank damage eintanken hier machen wir den hier dahin machen wir es so haben wir irgendwas für ihn nee wir eitern 20 sind wir halt nicht gepriesen das ist noch nicht so geil da können wir noch irgendwas mitnehmen artrocks finde ich nicht so gut also modekai ist das meine nach die schlechteste einheit die es gibt gangplank alter der rastet aus der macht voll die guten kombos natürlich spielt jeder immer dasselbe nehmen hier rageblade dies das und packst auf einer fetten einheit und spam die hoch aber ich glaube ich könnte mir vorstellen dass es auch richtig krasse sachen gibt zum beispiel hatte ich vorhin einen double rageblade rengar das hat richtig gebockt oder irgendwie zum beispiel rageblade oder irgendwie muss ja nicht immer rageblade sein aber zum beispiel spear of shoujin gangplank oder irgendwelche sachen es gibt glaube ich richtig coole dinge die man halt einfach mal kombinieren muss so die können wir natürlich mitnehmen weil die verkaufen wir doch wieder so wir sind leider erster platz immer noch leider weil wir so was brauchen wir brauchen den api stab leute api stab ist uns überhaupt nicht gegönnt was können wir hiervon gebrauchen den gangplank akali hatte ich letztens auch war ziemlich interessant muss ich sagen aber hier ist gerade wirklich nur scheiße war im prinzip können wir uns eh nix aussuchen weil wir das nehmen was überbleibt so ist ja so ist es wenn man erster ist deswegen habe ich mir schon mal überlegt ob es sinn machen würde vor den runden extra zu verlieren so zwei dreimal damit man ein bisschen aber hier wäre jetzt auch nichts cooles bei gewesen ich weiß halt nicht ob ich gangplank haben will leute wir nehmen akali ich will euch ja auch neue dinge bringen weil akali ist glaube ich auch stark ist glaube ich unterschätzt bei karl ist es nämlich so sie braucht nur 25 energie um ihre q zu machen das heißt sie kann mit den richtigen items 24 ihre q benutzen da waren zweiter draven sehr schön dann ging plank das kommt weg können wir irgendwie was machen irgendwas nicht glaube wir gehen fürs geld wirklich das jetzt die frage ob wir vielleicht doch sie verkaufen damit wir auf 30 gold kommen wir haben halt gerade noch überhaupt keine synergie wir haben wirklich nichts auf dem board leute nichts das gerade nicht so cool muss man sagen jetzt wäre eine überlegung wert ob wir für refreshes gehen damit wir unsere einheiten upgrade weil die nächste runde werden wir sehr wahrscheinlich verlieren aber wir train einfach leute less rng prey zwei silber drei silber vier silber fünf silber ok und glacial assassin's das werden wir wahrscheinlich verlieren aber ich habe ich bin froh und mutis leute wir sparen ein bisschen geld dies das aurelian böllart naja dies das ist dies das einfach welchen muss ich auch sagen finde ich glaube ich wenn es glaube ich nur gut wenn du sie komplett aus ausrüstet zweimal rage blade einmal rage blade oder was auch immer irgendwelche vielleicht nur infinity edge drauf keine ahnung auf jeden fall richtig krass hoch boost nur dann finde ich wenn wirklich war wenn ich ehrlich bin so was haben wir hier noch eine wehne ja wir sind gerade nicht so ganz gepriesen wir könnten für die pirates gehen einiges fehlt uns noch wer ist in der dritte high gangplank und graves ja jetzt gerade sind wir etwas im struggle aber ich glaube wir gehen wir sparen einmal leute wir sind jetzt eher auf nur wir haben jetzt verloren das heißt es ist jetzt nicht so wichtig wenn wir ob wir die nächste runde gewinnen oder verlieren weil die losings oder win streak ist jetzt eh weg erstmal das heißt wir nehmen erstmal das gold einfach an uns so was hat er er dieses item weiß ich nicht das gegner silenzen kann echt gut sein also die frage ist macht das denn immer silence wo ist das blade gewesen hier silence immer oder schauung ist high chance ok ja gut wenn er direkt auf aurelion springt kann es nicht schlecht sein aber guck mal die gewinnen wir sogar leute oder nice ja noch ein gold so jetzt müssen wir natürlich gucken wir kaufen mal wehen wobei also ich hab halt überhaupt noch kein plan was ich muss mal jetzt langsam in richtung den guckt euch das hier an hier ist halt überhaupt nichts wir sind nicht schlecht dabei wir sind erst da und haben auch ein bisschen geld aber wir müssen jetzt unbedingt irgendwas machen irgendwas glaube ich hätte bei wenn jetzt graves kommt ne kein geist ok wölfe tipps zu den wölfen die springen die sind alle super schwach aber die springen alle immer nach hinten glaube ich glaube ich springen immer hier so hin das heißt wir packen sie mal hier hin Machen das mal machen das mal so niederle ist auch ein bisschen tanki Ja wir haben hier wieder überhaupt nichts wir sind jetzt aber 40 gold ich glaube also gegen die wenn aurelion den laser durchkriegt dann one schottet der glaube ich alle ansonsten könnte es sein dass der Garen soll ja wir gucken jetzt wie die springen aber ich glaube die springen alle immer nach hier unten das heißt ihr solltet sie sind wie assassins quasi ja ok also sie springen jetzt nicht unbedingt all dahin aber wahrscheinlich auch die waren auf jeden fall auch nicht der match aurelion ja ok das passt aber sie springen auf jeden fall an so assassin mäßig ne wahrscheinlich wie man seinen einheiten halt hinstellt und sie springen halt hinter deine tanks wenn du deine tanks vorne hast und springen die dahinter so 40 gold schön 4 gold auf den nacken geil das pike dreimal pike sogar nehmen wir an jetzt hätte ich natürlich gewünschen dass wir von denen wir waren das andere ane graves haben wir noch gar nicht bekommen so können wir den drauf packen wir könnten pass auf wir gehen jetzt wir gehen mal für den full greed wir gehen für den full greed leute kostet mich sehr viel geld aber ich würde immer lieber in der also das ist mal ich bin kein ultra pro wir haben rage blade sehe ich gerade ich bin kein ultra pro aber ich würde immer lieber hier diese chance zu disarm items und so was würde ich nicht so gerne bauen ich würde immer lieber achso in xp investieren als in einheiten weil es hätte sein können dass ich das gleiche geld investiere in einheiten und im endeffekt nichts dafür bekommen der elementar ist übrigens gigabro aber guckt euch den aurelion damage an leute wir brauchen unbedingt den aurelion das tut jetzt super weh zwar war es war schon viel damage die mir drauf gebracht haben leute ich sehe mich da ich bin auch eher so ein spieler ich stack high t2 t3 einheiten ihr habt den plan wenn ihr stackt diese t1 einheiten da habt ihr super schnell super viele goldene einheiten oder ihr geht halt für aurelion und draven und dieses ganze t3 t4 zeugs das ist so wie ich es jetzt quasi gerade mache das ist erst ab einem gewissen punkt gut im late game rasiert ihr damit alles weg aber bis dahin zackt ihr so wir haben ja noch ein bisschen leben deswegen können wir uns leisten zu sacken wir machen aber wir müssen unsere einheit netz umstellen das habe ich gerade vergessen deswegen hätten wir glaube ich gestern besser performen können So 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 wir sparen wieder geld Darius weiß ich gar nicht ob ich den wirklich haben will Akali Ja wir können aktuell nicht so viel machen Meistens wenn ich aurelion habe dann läuft es darauf hinaus dass ich so eine sorcerer combo spiele So das sind assassins die springen schön alle vorne rein einem also geht aurelion Laser boom Also jetzt vielleicht noch nicht oder kommt schon Ja Leute Pike Inte nicht Der könnte Pike Oh Pike hat geintet Okay Pike Was ich ein bisschen scheiß finde ist dass man nie weiß wo der gegner seine einheiten entstellt Bei dem anderen game out ging das glaube ich bei Dota auto chess oder hat man da nicht gesehen Da Oder ich weiß es nicht ja vielleicht konnte man sehen gegen wen man spielt in Dota auto chess ich glaube schon oder oder nicht Also bevor die runde anfing Weil ich weiß halt nicht Stellt er seine einheiten hier hin oder hier hin wir müssen jetzt auf jeden Fall da Ein so was haben wir Graves So wir fangen jetzt an weiter zu inten und zwar stellen wir nämlich jetzt Gott was mache ich denn jetzt Oh no Wir nehmen Draven runter Wir werden jetzt eine runde lang inten Leute wir werden ein bisschen rein inten Denn ich habe jetzt halt Eine super schwache einheit draufgepackt die Gigabed ist und eine die zwar auch schwach ist aber ein bisschen stärker ist runtergenommen Damit wir einfach den pirate bonus haben Ich gehe fürs greed Leute greed ist gut das ist meine devise Full greed oh mein greenscreen sagt auch full greed da können wir ein bisschen entgegen Gegenarbeiten Mein greenscreen sagt auch full greed Guck mal er hat jetzt noch einen Kassadin T3 das heißt der ist giga stark Aber lass mich ein bisschen ins late game kommen und ich rasiere den weg Wir müssen jetzt nur gucken dass wir hier was machen Guck jetzt kriegen wir so viel damage Kann man darüber diskutieren ob das worth ist aber jetzt eine goldkiste Leute bitte Vier Münzen Leute Vier fucking Münzen Und wer sagt mir dass ich mit Draven gewonnen hätte Wer sagt es mir Und jetzt können wir auch relativ früh auswählen Wo sind wir Wir brauchen mal langsam Was geil ist So wir haben hier Kale, Akali Kartus würde ich mich sehen Wobei der eine Rüstung hat Wo ich nicht so sehen würde Aber ich glaube wir nehmen Kartus mit Kartus Und Aurelion Bam Lass mich raus Der ist auch immer schön Für Geld wert Kartus Sind 5 Gold Falls ich ihn verkaufen möchte Man hätte jetzt hier ebenfalls gehen können Für Ähm Ja Für Items Das wäre eine Alternative gewesen Zum Beispiel eine Träne Oder vielleicht Also Träne plus Schwer zum Beispiel Ist wie auf Shoujin Das ist auch nicht schlecht Das kann man auch machen Ähm Ja Da da die Da da die Da da die Da da die So noch eine Akali 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 Akala So wir rollen jetzt mal ein bisschen Oder Lassen wir es noch einmal drauf ankommen Kartus drauf Ich brauche halt Alter aber meine Items Leute Ich möchte auch mal ein bisschen Appellieren hier Guckt Das ist ja halt Kann Weißt du das kann cool sein Aber das ist halt cool Wenn du Tanks hast Und ich hab keine Also Ich hab nicht vor Tanks zu spielen Das ist das Problem Red buff of gangplank Könnte broken sein Oder wenn er seine Bar Bar Fast combo macht Explodieren Brennen dann alle So legit Außerdem hat er ein Feuerschwert Es ist nur sinnvoll Dass er Das alle brennen Komm jetzt Feuer combo Brennen die Gegner Ich glaub nicht Aurelion kannst du es bitte Carrying Das Ding ist Oh Kale Die stehen noch Aber hier Sie rastet langsam aus Mit ihrem Rageblade Ja Ja Komm schon Oh Nobel ist so stark Nobel Naja okay Aber wir kriegen nicht ganz so viel damage Das ist das Wichtigste Das ist das Wichtigste Wir sind ja eh auf einer Losing Streak Losing Streak plus nochmal 5 Gold Und nochmal hier ein paar Bitte Sack hier sind noch ein bisschen Golds drin Das sind auch Okay kein Gold Das sind Aurelion Glacial Elementalist So wir müssen jetzt ein bisschen rollen Aurelion meine Freunde Fucking Aurelion Soul Und jetzt verkaufen wir mal Vain Weil das Rageblade bekommt jetzt Aurelion Jetzt kommt er noch mit drauf Und jetzt brauchen wir noch einen Sorcerer Das war eher Phantom Phantom und Sorcerer Am liebsten wäre mir glaube ich Eine Morgana Kann sein Oh hier ist noch eine Akali Die haben wir Ist jetzt leider zu spät Rip In Ronis So komm Der Golem Der ist so tanky Leute Der ist so krass Aber er Klar Er macht jetzt nicht so viel damage Aber er böllert hier Guckt euch den Lasern Leute Und er hat halt Rageblade Er wird das immer öfter machen Die Frage ist Ich habe glaube ich zu wenig tankiness Komm Aber das reicht glaube ich nicht Der Golem Und dieses Glacial Glacial Komm Ja Jetzt komm Aber die greift nicht an Komm Aurelion Greif schnell an Ja Aurelion Noch ein Laser Do it Pray Oh Okay aber wenigstens nicht ganz so viel damage Und wir sind Das war eigentlich das Best Case Szenario Wir haben nur 2 damage Naja okay war doch 5 oder so Haben unsere Losing Streak erhalten Und nochmal hier das Geld eingecashed Heieieiei Jetzt müssen wir aber langsam gucken Dass was passiert Leute Garen kommt weg Der kommt auch weg So was haben wir Graves Also habe ich den gerade verkauft So Okay jetzt kommen wieder diese Viecher Wir müssen jetzt Wir nehmen mal Wir brauchen jetzt Frontline Irgendwas Leute Den nehmen wir mal mit Der war gar nicht so bad Katos Wir brauchen unbedingt tankiness Hier tankiness haben wir Die kommt jetzt drauf Ich glaube wir scheißen mal jetzt auf Auf Piraten Oder scheißen wir auf Garen Wir müssen jetzt wirklich Geld ausgeben Draven Wäre auch dabei Ich weiß gar nicht Ob ich Draven überhaupt In meinem Team hier sehe Eigentlich nicht Leute Der muss weg Ist ein bisschen tragisch Aber Akali Ja Ist halt die Frage Was das hier gerade alles ist Ich sollte auf jeden Fall Abstand von den Von den Die hier sind übrigens Wenn ihr die Kleinen tötet Werden die Großen immer größer Also eigentlich wäre es gut Die alle gleichzeitig zu töten Aber wir brauchen unbedingt Noch ein Kartus Und ein Zauberer Und oh jetzt kriegen wir Stuff Leute Jetzt kriegt er Spear of Shojin Sehr gut Das heißt jedes Mal Wenn er gezaubert hat Kriegt er danach 20% Mana zurück Und jetzt kriegt er noch mal Mehr attacks Wir gehen komplett da drauf Leute Wir müssen jetzt leider alles Auch ausgeben Damit wir nicht sterben Noch ein Aurelion Kindred Da sehe ich mich Kindred Wir wollen noch ein Sorcerer Unbedingt Morgana So das heißt Er geht runter So Morgana geht jetzt drauf Er verpisst sich Mann das ist so ein Scheiß Guck mal Jetzt ist meine Morgana weg So eine Kacke Das ist echt verpackt Leute Ich sag's euch Ja dann So du verpisst dich Er geht drauf Ähm Du Ah ok Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft Aber Ich glaube Wir müssen auch hier ein bisschen Tankiness verteilen Wer kriegt das Wer kann was machen Ähm Hm Niemand Niemand Anyone Cedrani vielleicht Ein bisschen was kann Daraus bauen Ach dieses Disarm Kacke Ok Aurelion Carried jetzt aber Leute Der Böller guckt euch Wie viel Mana er baut Ne wir brauchen jetzt unbedingt Wir haben Sorcerer Bonus Und Wild Bonus Wild ist scheißegal Ich würde gerne Was würde ich noch haben Phantom würde ich Ne Ja weiß ich nicht Ja doch Kindred Wenn wir jetzt Kindred draufpacken Sie ist Phantom Er ist Phantom Phantom Bonus ist auch nicht verkehrt Elementalist wäre eigentlich gut gewesen Aber Hab ich nicht Weil dann hätte ich einen Tank Dann hätte ich den Golem Der wäre very welcome Der wäre very very welcome So wir haben nochmal Ari Eigentlich will ich Ari gar nicht haben Oder sollen wir für Weiger gehen Ähm So Erstmal verpisst sie sich Niederle verpisst sich jetzt auch Dafür kommt Kindred drauf Ähm Gangplank Graves verpisst sich Das kriege ich erstmal er Weil er will sich auch bald verpissen Gangplank kriegt das hier Ähm Geben wir noch mehr aus oder nicht Ja weiß ich gerade nicht Schwierig Ich würde eigentlich sogar Ne Ich glaube das können wir aber auch schaffen Guck hier Kassadin Level 3 Das interessiert halt nicht Weil Aurelion Das ist halt der Babo König Boss Guck mal Er wurde direkt auf 100 HP untergebracht Das ist wegen der Phantom Passive Und er yordelt da jetzt durch This is how we do it Nochmal guckt euch Da ba di de ba Ne Also Rageblade heißt halt nicht Also auf Zauberer Die zaubern dadurch halt öfter Ist halt auch GG Leute Was GG ist Ist GG Was Todes kann nicht nochmal GG sein So ist das Sprichwort Wir gehen den mal mit Vielleicht Packe ich den ja drauf Ich hätte Morgana wäre halt so ein bisschen Als Tank geeignet Deswegen würde ich am liebsten Morgana haben So gehen wir Schaffen wir das Eine Runde Ne wir legen es nicht drauf an Wir gehen hier Wir suchen ein bisschen Morgana haben wir Das heißt Wir schmeißen Ari weg Und packen Morgana drauf Vielleicht wäre es klug So zu machen Weiß ich nicht Vielleicht Draven Ich bräuchte Aurelions Leute Kale wäre auch cool Kindred Sehr gut So Kindred muss allerdings hier hin Ich glaube das hätte ich Jetzt kann hier ein Assassin Reinspringen Falls der welche hat Okay ihr seht Sie ist gigabroken Sie hat Ja so krass ist sie nicht Aber sie hat schon was Aber komm Aurelion du carryst es Noch so ein Ding Augenring Komm Und Feuer Und noch so ein Ding Komm Mach mich stolz Mach mich stolz Schieß doch auf die Scheiß Schieß doch auf die Scheiß Da oben Okay Ja das ist das Items sind halt super stark Sterbe ich glaube nicht Okay es ist knapp Leute Wir müssen jetzt alles rausrollen Wie viele Einheiten hat er? Sieben Ich glaube auch sieben Wir können also entweder Fürs Level Up gehen Gehen wir fürs Level Up? Ich glaube wir gehen fürs Level Up T3 wäre ihn Leute Ein HP Dieser Ein HP wird uns Wir Ich brauche Kartos Level Up oder Kartos Oh komm ich bin jetzt Ich bin letzter Kartos Oh Wo bin ich? Hier unten Oh der Kartos fliegt da weg von mir Kartos bleibst du wohl hier? Wehe Lord und Ladies Sehr gut Kartos Stufe 3 Welcome 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 Lord and Ladies 1 HP Sie alle zu knechten Leute Ich werde das Ding machen Wir dürfen aber keine einzige Runde verlieren Das ist wichtig Das ist wichtig Damn Lord Die Frage ist Gehen wir jetzt So Kartos wird geupgradet Gehen wir jetzt Für was kann er da? Chance to Disarm Wir gehen Komm passt auf Wir gehen hier voll Für ein Level Up Packen jetzt noch ein Aurelion drauf Ähm Seju steht völlig schlecht Habe ich gerade gemerkt Na kaufen wir mal Und damit war es das erstmal Weiger kann eigentlich weg Aber ja Habe ich auch eh nix von So Leute Wir haben jetzt Schön 8 Einheiten auf dem Board Einen fetten Aurelion Was können wir da raus bauen? Chance to Disarm Shrink Enemies Ich weiß nicht Disarm Disarm Das halt ich Okay sie ist jetzt Ein bisschen Magic Immune Das ist gar nicht so schlecht Tatsächlich glaube ich Okay hier Kale rastet einfach Inseln aus oder was? Die macht einfach alle Die ganze Zeit unsterblich Aber Aurelion Und Kartos Peng Ja also Kale ist relativ gut Ich bräuchte Problem Oh fuck Jetzt Und deswegen Late Game Late Game Leute Wenn wir gegen den sterben Naja Pyke wird als jetzt angegriffen Cedrani müsste ein bisschen anders stehen glaube ich Gang Kling Oh er ist schon fast tot Oh ist das die Fandom Passive Oder warum war er fast tot? Leute Macht ihr den bitte Kindredult bitte Danke Kein Item Man kennt's Man kennt's Man kennt's Komplett normal Absolut normal Das Gute ist Die haben auch Guck mal Wir haben zwar noch eine P Aber die sind auch fast alle tot Bis auf der da So hier haben wir noch Ein Elementalist Und ein Nah Jetzt müssen wir kurz überlegen Elementalisten Kriege ich drei Stück aufs Board Eins Zwei Drei Wen müsste ich runternehmen Eins Zwei Und einen Aurelion Ist das worth Ich glaube Leute Das könnte Das ist jetzt Never change a running system Das könnte jetzt mich halt Das Ne Genau wegen never change a running system Machen wir das nämlich nicht Oder Ich könnte jetzt halt Die drei drauf bringen Habe ich drei Dann nehme ich zwei T2 Einheiten runter Weiß ich nicht Da hätte ich einen Golem gehabt So das ist der Das ist der Rang 1 Wenn wir gegen den gewinnen Sind wir richtig gut dran Er hat nämlich diesen Golem Aber Aurelion Aurelion Vor Nochmal Oh Ja 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 Boom Und Laser Haha Bitches Oh er hält viel aus Aber er ist useless Bam Er ist fast tot Leute Oh mein Gott Das ist knapp 1 HP Oh mein fucking Gott Oh mein fucking Gott Das heißt wir Refreschen jetzt richtig durch Wir verkaufen Meinen Gangplank Den kriegen wir eh nicht auf 3 Oh My Damn Lord So roll Irgendwas Keine Ahnung Hier ist noch ein Dämonen Elementalist Sollen wir es darauf anlegen Leute Das hat geklappt Eigentlich sollten wir es lassen Oder Wir nehmen den mal mit Aber Morgana Schön Die muss aber eigentlich Weiter nach vorn Oder Ja Ja komm Wenn ich jetzt verliere Weil ich irgendwas austausche Und dann sage Ja scheiße Hätte ich mal nicht gemacht Dann verlieren wir jetzt Ja dann sage ich Ja hätte ich mal lieber ausgetauscht So das ist jetzt der letzte Kampf Leute Wenn wir den gewinnen Der hat nur Müll Der ist doch Der wird doch Guck mal Er hat hier Darius Garen Den da böller ich jetzt hier Aurelia macht jetzt den Oh das ist die Kay Guckt euch die an Warum macht die denn 24 Aber Was willst du machen Du spielst gegen mich Ein HP Oh mein Gott Leute Oh mein goodness Leute Aber ja Schön Ne Ich hab's euch einfach mal gezeigt Wie man es richtig macht Wie gesagt Morgen 20 Stunden Stream 18 Stunden Stream 21 Stunden Stream 520 Stunden Ab 9 Uhr Circa Ich würde mich übel freuen Wenn ihr mit meinem Stamm seid Wunder Welcome Mäßige Runde Ich wünsche euch was Auf Wiedersehen Und Tschüss Bis dann Und Goodbye